Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein paar verstörende Horrorbilder und ich wünsche euch viel Spaß. Dieses verstörende Bild zeigt Jeremy Bantam, der nach dem Tod ausgestopft wurde. Durch einen Fehler wurde sein Kopf beschädigt. Er trägt einen Kopf aus Wachs und zwischen seinen Füßen ist ein echter Kopf. Man weiß nichts über dieses Bild, außer dass das Paar kurz darauf starb. Der weise Schatten jagt vielen Menschen Angst ein. Dieses Bild wurde 1991 aufgenommen und zeigt einen verbrannten Taxifahrer im Kriegsgebiet. Der Fotograf wollte auf das Grauen des Krieges aufmerksam machen, doch die USA wollte es nicht veröffentlichen. Dieses Bild wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs aufgenommen. Es ist ein typisches Geisterfoto mit einem Unterschied. Die Echtheit des Bildes ist bestätigt. Die Augen gehören einem Überlebenden der Nagasaki Atomexplosion und zeigen eine seltene Art eines atomaren grauen Stars. Die Echtheit des Bildes Die Echtheit des Bildes